Meins mal zueinander in Folge von Remember Me, äh, ich würde mal sagen, Remind's Schöne machen wir mal hier schön. Anleitung, ich habe Arbeit für Sie. Okay. Hat mir zwar nicht gebracht, aber danke für die Info. Ich bin voll geheilt, irgendwie brauche ich die Dinger nie. Weil ich mich eher so auf die Heilung spezialisiert habe, als auf irgendwas anderes. Ich hätte hier noch irgendwas legen. Ah, sag ich doch. Ich habe eine schöne Technologie gefunden. Irgendwas, keine Ahnung. Das Spiel ist auf jeden Fall vollgepackt mit... Du kannst das finden und du kannst das finden, du kannst auch das finden und du kannst das finden. Wartungszugang zum Hauptserver. Ah. Ne, Hauptzugang zum... Wartungszugang zum Server. Komm schon. Wie jetzt so. Oh Gott. Die einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Tja, denkst du. Hallöchen, Großraumprozessor. Guts. Ein neuer Kombo ist im Kombo-Dings verfügbar. Äh. Stimmt doch gar nicht. Ach gut, dass ich jetzt nicht mal sehe, was das für welche sind. Wieso kann ich jetzt in der Zeit nicht meine Fähigkeiten einsetzen? Das ist ein bisschen mies, wisst du das? Oh Gott. Mit den Schildern wird das größte Problem sind. So, komm schon. Ah. Zum Glück habe ich so viele Heilungsjünger mit dazwischen genommen. Weil ich genau weiß, dass ich so ein Scheiß-Spieler bin und nicht großartig ausweichen kann, obwohl ich es gerne will. Okay, das war jetzt schneller Seitenwechsel. Ach ja, ich kann ja Schilder auch noch so zu tappern. Das war der Falsche. Ey, Kollege, warte mal kurz. Ganz vergessen, dass man die auch noch so erscheinen kann. Okay. Seit wann ist deine Remini-Szene feindselig? Edge, hier geht etwas ganz komisches ab. Edge kann dir nicht helfen, Spatz. Das Spiel hat begonnen und ich bin dran. Äh, ja. Oh, nö. Witzig, sie kontrolliert irgendwie meinen Gedanken. Tja, als ob die kämpfen kann. 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 Ein Schuss mit den Junkboot lässt ihren... Tja, als ob die kämpfen kann. Wie gemein ist das denn bitteschön? Ich würde dich einfach gerne fertig machen, wenn es geht. Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Ich habe eine Menge gelernt. Und zwar, dass ich dir immer ein bisschen aus dem Weg gehe. Ich habe bis jetzt noch keinen Fokus frei. Scheiße. Ich glaube, ich habe das Wort für die nächsten Gegner. Nicht, dass da wirklich noch so ein großes Vieh kommt. Das Beten habe ich so gerade abgelegt. Kann man euch nicht runterwerfen? Okay. Und tschüss. Hey Leute, ich bin nämlich gerade am kratzen, ja? Ja. Dann muss ich doch hier machen. Ich kann nicht einfach nur gegen die Gegner antreten. Ich glaube, hier machen wir uns mal kurz ein bisschen einfacher. Zack. 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 Das Einzige, was ich gehöre, ist mir selber. Ja, gehöre. Ja, für mich ist schon was ich meine. Achso nicht, was du jetzt gerade ausgewählt hast, aber... Ah, danke. Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Warum kann ich die da oben nicht angreifen? Oh nein, ernsthaft? Gehorche! Schnauze! Okay. Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Ich könnte mir mal was ganz anderes zeigen. Möchtest du mich verarschen? Du spielst mit meinen Gedanken. Die ist ja schlimm als Psycho. Wo ist sie? Schön, dich wieder zu sehen. Okay. Na los, komm schon. Das schaffst du nicht. Kannst du dich jetzt mal bitte wieder zeigen, da oben? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ernsthaft gesagt. Ich finde sie ja noch nicht mal. So einfach kriegst du mich nicht. Das war der falsche. Warum lade ich wieder auf? Bekämpfe nicht die Lust mich anzubeten. Ich habe keine Lust dich anzubeten. Ich habe höchstens mal die Lust dich kalt zu machen. Das ist ja schlimmer als Judas. Tut mir leid, ich brauche aber noch ein bisschen Leben, Leute. Das hat dein eigener Kumpel geschlagen. Okay. Und der Bomber hat es nicht funktioniert. Probieren wir mal was anderes. Jetzt wird immer schon Kleinholz gemacht aus dir. Okay. Was kommt jetzt? Oh, ernsthaft. Ey komm, der Kampf ist eher nervig als anspruchsvoll. Bekämpfe nicht die Lust mich anzubeten. Jetzt darf ich erstmal so lange pullen, bis das Feld frei ist da unten. Oh Gott. Ah, ich habe... Vorhin wurde es mir nicht angezeigt, die neue Kombo. Oh Gott. Da brauchen wir gleich mal zum Anfang zwei Zeitdinger rein, würde ich mal sagen, ne? Wenn es gehen würde. Äh, das geht natürlich nicht. Hier kann man aber auch noch das reinhauen. Jetzt kann man hier wieder ein Zeitding reinhauen. Das nächste ist dann wieder ein Zeitding. Ich kann Kung Fu. Habe ich gerade freigeschaltet. Äh... Machen wir einfach jetzt mal die Restlichen da hinten drin. Ich habe keinen Fußangriff mehr. Menö Okay, komm schon Ich hab mir grad gar nicht angeguckt Tritt, Tritt, Tritt Schlag, Schlag Okay Tritt, 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 Schlag Schritt Tritt, Tritt Tritt Tritt, Schlag Schlag, Tritt Tritt Okay, so müsste es ungefähr gehen Ups, das ist wohl die falsche Taste Und Tschüss Erstmal schon die Raserei wurde ausgepackt Genug davon Du besiegst mich nicht Was kommt jetzt? Ich glaube die Folge wird heute mal ein bisschen länger werden, meine Freunde Aber mich freut es Irgendwas muss ich hier ändern Doch wie ist die Zeit aussitzen? Die 160 Sekunden oder was? Das schaffst du nicht Wie? Jetzt ist ein bisschen langwierig und langweilig hier Ah, danke Schlag, Schlag 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 Bekämpfe nicht die Lust, mich anzuwäten Tritt, Tritt Tritt, Tritt, Tritt Tritt Fängt immer die Kombin neu an Danke Nein, so einfach geht's nicht. Das denkst du. Okay. Alter. Das schaffst du nicht. Wie? Das denkst du. Ich kann es umsetzen, dass ich die Folge splitter war Leute, wenn es zu lange dauert. Okay. Hups, das hab ich grad eh gedrückt. Und? Wo bist du? Da hinten bist du. Okay, das war ein Fehler. Das war aber auch wirklich hier hartnäckig. Okay. Kannst du mir noch ein paar Gegner schicken? Ich muss mal... Ja, ich weiß, aber wie soll ich das bitte schon machen, wenn es noch 138 Sekunden hat, so ablaufen. Okay. So einfach kriegst du mich nicht. Drei. Zwei. Drei. Drei. Vier. Ah. Könnte mir jetzt mal... Ah. Das schaffst du nicht. Wie? Das ist eine kleine Denkaufgabe, was du mir stellst. Ne? So einfach kriegst du mich nicht. Eins. Zwei. 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 Fünf. Ah. Eins. Zwei. 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 Vier. Ich bekämpfe grad was ganz anderes. Zwei. 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 Noch 17 Sekunden Leute, dann, dann, dann. Ich glaub der Kampf wird eine halbe Stunde dauern. Damit könnt ihr schon mal so... Also es wird eine schöne lange Folge diesmal. Ah. Ich möchte auch unbedingt auf normal spielen. Weißt du was schönes? Dich auf dem Boden zu sehen. Ne? Gott. Ich kann wetten, ich... Ich kann... Ich kann... Ich mach nur plus bis zur Hälfte Schaden. Danach kommt irgendein Scheiß. Was das ganze Loch nerviger macht. Bekämpfe nicht die Lust mich anzubeten. Ich werde es versuchen. Kannst du jetzt mal bitte aufhören damit? Ein bisschen. Ein paar Leute schenken, damit ich mal die Zeit wieder runterspulen kann. So einfach kriegst du mich nicht. So. Jetzt halt ich jetzt erstmal wieder ein bisschen runter getreht. Man! Oh Gott. Ja komm. Fick noch mein Leben mit deinem Scheiß Viechern hier. So einfach ging's nicht. Ach Gott. Auf jeden Fall habe ich schon mal ein bisschen runter geprült. Wir sind jetzt noch bei 70 Sekunden. Ich weiß zwar nicht wie viel ich noch geprült habe, aber ich hoffe immer so um... Zählend. Da ist er. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schön, dich wieder zu sehen. Okay. Ich würde es gerne auch ein bisschen anders anordnen in die Combo, aber es geht zurzeit nicht besser. Okay. Dann machen wir es halt mal jetzt ganz einfach. Danke. Und mach's gut. Noch eine Runde. Ich glaube es sagt wo. Ja komm. Gib mir noch mehr Ehen auf die Fresse. Ey. Ich krieg hier ein Raster. Und das zwar ohne Locken. So einfach kriegst du mich nicht. Das kommt schon. Komm schon. Komm schon. Nein. So einfach geht's nicht. Wo seid ihr? Komm schon mal. Was ist dieses flingende Ungeheuer schon wieder hin? Da ist es. Wird es da oben hin zielen? Ach gut. Das schaffst du nicht. Wie? Du nervst. Weißt du das? Es wird zwar immer umso mehr leben man die Absicht schwere, aber irgendwie kriege ich Sinn. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, und ausweichen. 1, 2, 6, und ausweichen. 2, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 5,4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7. Ich war schön dass ich mich heile. Nein. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Oh nein. Ich liebe. ist eine Bombe, dich dran zu haften. Was jetzt? Tja, ich würde mal sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis denn!